Die Eiszeit beginnt. Jetzt kommen die kältesten Tage des Jahres. Es geht kaum noch über den Gefrierpunkt. Und so schnell tauen wir da auch nicht mehr auf. Schon in der Nacht geht es deutlich in den Minusbereich. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 4 Grad an der Nordsee und minus 14 Grad in den östlichen Mittelgebirgen. Dazu gibt es an der Ostsee noch ein paar Schneeschauer. Auch aus den dichten Wolken am Alpenrand können noch ein paar Flocken fallen. Sonst ist es locker bewölkt oder sogar sternenklar. Und den Ostseeschauern geht so schnell nicht die Puste aus. Tagsüber ziehen über den Norden immer wieder ein paar Schneeschauer. Da kann es auch mal etwas kräftiger schneiden. Die Wolken an den Alpen, die lockern dagegen auf. Ja und dann macht der Sonntag seinem Namen wirklich alle Ehre. Die meisten von uns bekommen neun oder sogar zehn Sonnenstunden. Im Nordosten, da ist es nicht ganz so sonnig und auch an den Alpen müssen wir uns mit fünf Sonnenstunden begnügen. Aber nicht von der Sonne täuschen lassen. Es herrscht jetzt dann verbreitet Dauerfrost. Nur direkt am Rhein geht es mit Ache und Krach noch auf ein Grad plus. Durch den Wind fühlt es sich aber generell deutlich kälter an.